Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute und ciao wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es um ein relativ seltenes Event-Mount und ja, das habe ich schon hier einmal mit dem Twink im Inventar. Da haben wir nämlich einmal edler fliegender Teppich und das gibt es seit dem Jahr 2024 über das Nobelgarten-Event. Im Moment haben wir einmal hier im Kalender und zwar ist das aktuell vom 1. April bis insgesamt 8. April, wobei es am 8. April um 10 Uhr morgens endet, dementsprechend habt ihr eigentlich sieben richtige Tage. Es ist so, dass dieses Mount von einem Rare kommen kann, beziehungsweise ein Rare droppt eine Quest und die Quest gibt wieder eine Kiste und die Kiste, da ist das Mount drin oder kann es drin sein. Die Drop-Chance ist relativ gering, den Rare seht ihr hier schon, Detan Flinkfeder schimpft sich der und ich würde sagen, wir lernen jetzt erstmal das Mount, ich zeige es euch und dann kläre ich euch, wie ihr das am besten farmen könnt. Also, hier edler fliegender Teppich ist das und dann schauen wir mal, edler fliegender Teppich, da haben wir das schicke Ding. Das ist das Mount, natürlich auch ein Flugmount, wie ihr seht und ja, ist auf jeden Fall mal was anderes. Es gibt zwar schon einige fliegende Teppiche aus, ich glaube, Schneiderei, Red of the Lich King gab es da ein bisschen was. Ich meine aber, die waren jetzt von der Animation nicht ganz so nice wie der hier. Hier haben wir auch so ein kleines Kissen mit drauf und wir haben, wenn wir jetzt auch ein bisschen näher rangehen, seht ihr, dann haben wir da auch so ein Entchen mit dabei, was wir ja hier in dem Event auch schon das ein oder andere Mal haben. Wir haben auch eine ganz nette Verzierung mit so kleinen, ich schätze mal, das sind Rosen, mit Blumen kennen die mir jetzt zwar nicht so aus, aber ja, ist auf jeden Fall ein ganz nettes Mount für das Event. Ja, wie kriegen wir das Ding jetzt? Und zwar ist es so, dass ihr jeden Tag hier unten ein Rare umhauen könnt, diesen Detan Flinkfeder. Ihr müsst keine Vorquests dafür machen, ihr könnt einfach hinfliegen, alle 10 Minuten spawnt quasi um den Bereich unten ein goldenes Ei. Das muss hingezogen werden zu einem Nest und wenn ihr das gemacht habt, spawnt quasi ein Rare Mob oder ich glaube, er ist einfach nur Elite. Und wenn ihr den umhaut, das ist so eine große Ente, dann könnt ihr eine Quest rauslooten. Das könnt ihr einmal pro Char pro Tag looten. Ich kann euch das mal auf dem Twink zeigen, wo ich es noch habe. Und zwar seht ihr, das ist diese Quest hier, Nobelgarten Schmuck. Und die könnt ihr dann einfach hier im Lager abgeben. Wenn er sie abgibt, dann gibt es hier einmal so einen Korb. Der muss blau sein. Nur in dem blauen Korb kann das drin sein. Und wenn er den dann... Lol, das kann ich mir doch nicht erzählen. Habe ich nochmal das Mount rausgezogen? Ah, boi. Ich glaube, jetzt hassen mich ein paar Leute. Okay, das war jetzt überraschend tatsächlich. Nichtsdestotrotz, das Ding, es sieht jetzt vielleicht nicht so aus für euch, aber das ist ziemlich selten. Ich habe 160 Tries gebraucht, das Ganze zu farmen. Und zwar habe ich jetzt am ersten Tag, am Montag, habe ich die Quest 136 Mal gemacht. Und heute habe ich die nochmal 24 Mal gemacht, bis ich den Drop drin hatte. Das erste Mal, komischerweise, habe ich sie jetzt zweimal drin. Laut WoW Head ist die Drop Chance am Montag, gab es einen Artikel, dass die etwa auf 1% ist. Mittlerweile sind die Daten aber so, oder die Datenlage so, dass wir sogar ein bisschen niedriger liegen. Und zwar sagt dafür das Mount hier, dass wir bei 0,4% liegen. Ist halt die Frage, es sind jetzt noch nicht krass viele Daten hier bei WoW Head erhoben. Auf jeden Fall ist es auf 1% oder sogar eher weniger. Wie gesagt, ich habe jetzt insgesamt 160 Tries gemacht mit gestern und heute. Und ihr könnt das Ganze nur auf Charakteren machen, die 60 aufwärts sind. Test-Chars sollen anscheinend nicht funktionieren. Wenn ihr die Quest auf dem Load-Chark kriegt, dann kriegt ihr, glaube ich, keinen blauen Beutel, sondern den grünen, wurde mir erzählt. Und da kann das Mount aber nicht drin sein. So, ich habe jetzt komischerweise es zweimal hintereinander bekommen, nachdem ich 160 Tries, wie gesagt, durchgeballert habe. Noch so eine bisschen persönliche Meinung meinerseits. Die Geschichte, dass jetzt ein Mount, was jetzt nur 7 Tage verfügbar ist, so selten droppt, finde ich sehr, sehr super optimal von Blizzard wieder mal gelöst. Vor allem für Spieler, die jetzt nur wenige Max-Level-Chars haben oder wenige hochlevelige Chars. Das ist natürlich dann ein bisschen blöd, wenn ihr jetzt, sag mal, ihr habt 10 Chars, dann könnt ihr 70 Tries draufhauen. Ich habe 160 gebraucht, bis ich gekriegt habe. Manche haben ja tendenziell eher noch weniger. Also wieder keine gute Lösung meiner Meinung nach. Kleine Randinformationen noch. Am ersten Tag konnte man diese Quest teilen. Also musste man nicht jedes Mal den Rare umhauen. Das hat Blizzard gefixt. Also jetzt am ersten Tag, also am Montagabend, haben sie das gefixt. Dann konnte man das quasi nicht mehr teilen. Ich sage es aber so, so schlimm ist es nicht, weil wie gesagt, alle 10 Minuten spawnt ihr. Ihr fliegt da einmal unten hin, haut ihn um, müsst ihr die Quest annehmen, fliegt hoch, gibt sie ab, lockt auf den nächsten Char um, fliegt wieder hin. Bis dahin ist er schon fast wieder da, der Kollege. Also lange Downtime habt ihr nicht. Ganz theoretisch könnt ihr euch noch auf andere Server einladen lassen oder im Tool gucken. Da könnten wahrscheinlich auch Gruppen ab sein, um da vielleicht noch wo mitzumachen. Genau, das sind die Infos, die ich euch zugeben kann. Ich drücke euch jetzt die Daumen, dass ihr die restlichen Tage noch nutzen könnt und dann vielleicht bei euch auch das Mount drin ist. Und ja, ich bin immer noch ein bisschen fassungslos. Ich sage es euch ehrlich, dass ich jetzt 160 Triles gebraucht habe und dann ziehe ich aus zwei Kisten es hintereinander. Also irgendwas ist da schon wieder komisch. Naja gut, soviel dazu. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tillar, bis dahin, ciao.